Ach, ich muss kurz umdenken, genau, net Fuhn, Christina. Du kannst mich auch Fuhn nennen, wenn du darauf stehst. Rar. Jups, let's go. Oh, der war net einmal so weit weg vom Griff mit. Ich hab grad vorhin vorm Stream, wo ich gemeint hab, ich geh kurz, bis der Stream anfängt, hab ich Karaoke hier gemacht. Das Karaoke doch noch? Ja. Also ich hab einfach nur Spotify an und gesungen. Oh Gott. Hallila. 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 Was heißt der, oh Gott, du Arsch. Hallila. Hallila. Hallila, der ist gemeint zu mir. Hallila. 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 Schubst dich gleich. Du hast mich grad geschubst. Ja. Gut so. Hier geschieht es nicht anders. Oh, den hast du schon geschubst. Ich weiß! Ich habe keine Maus gerade im Moment. Tut mir leid, dass ich störe, aber sie... Zähne! Oh ja, stimmt. Ich habe keine Maus gerade im Moment. Du musst raustappen schnell. Ja! Jetzt! Ja, ich habe nicht auf... Jesus! Theoretisch sollte die... Ja, jetzt habt ihr das Spiel. Sorry, sorry! Hallo, Momo! Ich denke, bei Rocket liegen die dran, weil ich nicht raustappen kann. Aua! Du bist so ein Idiot. Ja. Ich bin tot. Was habe ich gesehen? Raumpass. Du das... Ja, was? Nichts. Du das machst du! Nein! Oh! Oh! Jetzt... Jetzt... Oh, ich habe... Hart... Nein, ich war gerade in der falschen Richtung gestanden. Du hast einen harten, was? Nee, Momo hat hart Delay. Aber das kann doch einfach daran liegen, dass ich... einfach wahnsinnig langsam den Chat lese. Oder Momo hat hart Delay. Oh naaa... Den hätte ich nicht treffen sollen. Du bist der Gute von uns zwei. Also... Den hält ich ja nimmer. Achso, vom Fall... Brause... Fuhn ist copyrighted. Aber wenn ich drauf stehe, dann kann ich es doch immer nur so nennen, oder? Was ist copyrighted? Fuhn. Der Name. Achso. Nix mua! Nix mua! Aua! Ich habe mich gestubst. Ich hab' mich gestubst. Na... Ich hab' der da. Hahaha. Oder der da. Hahaha. Hahaha. Ich weiß es tatsächlich nimmer. Hahaha. Oh! Ich hab' dir den Eingrad weggeschubst. Ja, dankeschön! Ich glaub' er sieht's sogar noch. Da. Das war ganz wichtig. Ohne das hätte ich das Tor nicht geschossen. Ja, bestimmt. Hahaha. Ist es... Ja... Das Tor ist ganz allein dein verdient. Das war ja jetzt schön gewesen. Ja... Ja... Bin gespannt. Hahaha. Da will meine... Da geht's schon nicht um. Da brauch' ich noch ein bisschen Übung. Upsi. Kommt euch mit der Zeit. Oh scheiße. Ne doch nicht. Hahaha. Na scheiße. Na scheiße. Manni, grüß dich. Hallo. Wie geht's uns? Wie steht's uns? Wie steht's uns? Ich bin in die falsche Richtung. Warum? Ist es Eigentor. Achso, wenn ihr Ausrufezeichen Multi-Eigen gebt, dann äh nein Hase. Dann könnt ihr auch Christian sehen. Geh weg. Einfach. Gleiches gilt bei mir, nur eben, dass ich dann nicht Christian auch sehen kann, sondern Christina auch sehen kann. Ja. Nein! Oh Mann! Ich wohne aber trotzdem. Der Willi war da. Der Willi ist was die. Ja. Danke. Dankeschön, Momo. Das sind beide ohne Multi-Disk geht natürlich auch, aber ich sag mir, man kann einfach Multi eingeben. Ui. Dann hat man auch beide Chats da. Einfach. Genau. Ja. Bei mir ist gerade ein Bildschirm nach dem anderen zack, zack, zack gekommen. Okay. Ja, aber es hat schon angefangen runter zu zählen. Da war ich noch im Ende-Bildschirm von der letzten Session. Und da kamen auf einmal alle ganz schnell hintereinander. Ja. Da muss gerade ein Bildschirm noch zack, zack, zack kommen. Okay. Ich wusste jetzt nicht, wie ich es dir anders beschreiben soll. Oh, du hast ihn getroffen, Maus. Ich bin heute gar nicht so schlecht bis jetzt im Treffen, ja? Ja, du hast eh schon viel getroffen. Äh, ich hab ihn aber nicht getroffen. Oh. Ich aber. Ja, damit hast du dich gerechnet, gell? Na, ehrlich gesagt wirklich nicht. Vor allem bei jetzt, glaube ich, den dritten hintereinander nicht. Ja, jetzt hab ich noch mal eine getroffen. Na, du Arschloch. Oh, da. Und da, falsche Taste. Geh weg. Oh, gut. Ja. Ah, meine Beine müssen sich ausstrecken. Ah, schön. Guck mal da. Da ist nämlich quietsche entzückend. Oh ja, bezaubernd. Absolut bezaubernd. Hm. Hätte früher mit anfangen müssen. Ich weiß nicht, warum ich den Bäumen jetzt nachgesprungen bin. Nein! Genieee! Mein Bolli! Oh, schubsen. Das ist schlecht. Hoppala. Du hast mich geschubst. Du weißt einfach da, wo ich hingefahren bin. Ja, so nennt man das jetzt. Dieses Fick-Scheiß-Kack-Fliegen, ey. Kommt sie noch. Oder nicht später irgendwann einmal. Jetzt bin ich drüber geflogen. Willst du mich verarschen? Die ganze Zeit fliege ich drunter. Jetzt fliege ich drüber. Nein! Oh! Oh! Gott, sorry. Achso. Ja gut. Dann war da keiner zum Ball. Hier kommt Torben hier unten. Alter. Ich bin dann immer irgendwo hin. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das wär schön gewesen. Oh, oh. Oh. Ich bin dann mal. Oh. 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 Oh, Scheiße. Ich dachte nicht, dass du's triffst. Ich lieb, wie du mit Foul-Pusten reinfährst. Ich dachte nicht, dass der den trifft. Oh, dankeschön fürs Umdrehen. Haben wir die jetzt umdrehen? Nein, der hat mich geschubst und dann hat mich aber eigentlich umgedreht. Oh Gott. Erinnere mich bitte dran, wenn wir mit der Runde durchsehen, dass ich kurz in die Einstellungen gehe. Du gehst doch mal mit der Runde durch und kurz in die Einstellungen. Ja. Erinnere mich aber bitte dran, weil ich vercheck's wieder. Hier, erinnere dich dran, dass du noch der Runde kurz in die Einstellungen hast. Ich belege dir tatsächlich eine Taste um. Oh. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Was belegst du da um? Ein Boost. Wohin komm du? Auf, äh, warte, links zwei. Aber wo bremsen ist und rückwärts fahren. Scheiße, stimmt, der Bremsbahn. Da muss ich sie irgendwo anders hinlegen. Scheiße. Es wär so schön einfach zum Greifen. Vielleicht lege ich sie auf L1. Wie ist es? Oh nein. Nein. So ist die 3-1. Schien sie es doch nicht. Fuhn einen Boost zu lassen, wie sie es bleibt, ist perfekt so. Fuhn ihn mag einen Boost auch so. Aber du wusstest, jedem ist seine. Nee, ich mag Kreis einfach nicht. Du weißt den Daumen zu rollen musst, gell? Ja. Vielleicht lege ich sie auch auf Viereck. Ich siebte ein Punkt. Ja. Achso. Ich dachte schon, welchen Punkt denn jetzt? Aber, ähm, ich mag es auch so. Ich hab mir das von ganz, ganz, von klein auf einen Grund, dass ich das so mache. Ja, praktisch. Dass sie sich gegenseitig sabotieren. Ja, praktisch. Dass sie sich gegenseitig sabotieren. Ich hab wieder genug getroffen für heute. Alter. Echt jetzt in der letzten Sekunde? Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Hihihi. Deut, du gehst in die Einstellungen. Ja. Einstellungen. Okay, anscheinend hab ich erst Level. Ist okay. Nein, nein. Das ist ja nicht. Hast du eine Vorlage gemacht? Ja. Fui gut. Hm. Hm. Hä? 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 Ah. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ich mein, ich mein, das war's jetzt. Abs. Okay. Dann such ich uns jetzt ein neues Spiel. Ich glaube, das war nur korrekt. Ich hab's jetzt erstmal auf Kreis. Vielleicht komm ich mit Kreis klar. Äh, boosten ist auf Kreis. Nein. Ah, Viereck. Ach so, okay. Hab ich's jetzt auf Viereck? Ne, ich hab's doch gerade nicht auf Viereck gestellt, oder? Ja. Ja. Doch. Ha. Weg. Und ich hab keinen Boost. Ist schlecht. gar Probleme. Ich glaub, wir sind beide, wir sind beide verteilt. Hm. Das ist ganz genau so, dass wir beide verteilt sind, oder? Ja, ja, ja. Entschuldigung. Nix passiert. Ich bin nur am Leben. Ach, fuck you. Oh. Oh, hi. Hi. Oh. Oh, silly. Das war voll der coole Drift und niemand hat's gesehen. Voll cool maus. Ja. Ah. Ach, fuck you, Ball. Ihr habt dich getroffen. Ich hab geschubst. Ich hab auf den richtigen. Mir hast ne geschubst. Okay, dann hab ich den richtigen geschubst. Ja. Genau. Wir fahren erstmal in den Kreis. Das war geplant. Jawohl. Ja. Ja. Schön. Ich bin immerhin nicht alleine, blöd. Und der andere, das Audigas hat dagegen, äh, daneben gesprungen. Und du auch gerade. Ich gar nicht. Nein. Ich bin nicht daneben. Na? Ich spring doch nicht neben Bälle. Was tust du? Ich spring doch nicht neben solche einfachen Bälle. Nie im Leben. Never. Oh je. Ihr habt ihn aber geschubst. Oh Gott. Ich hab grad nicht damit gerechnet, dass der so weiter daneben wird. Was tut denn der? Da war keiner im Tor. Und der spielt ihn wieder irgendwo anders. Oh, schön. Ich hab den Ball nicht berührt. Oh. Verdonn. Aber gut, dass du es aussehen hast. Ich versuch mal richtig. Ja, hast du gefliegt? Ist jetzt rausgehe. Ist jetzt rausgehe. Ist jetzt rausgehe. Ist jetzt rausgehe, ist jetzt rausgehe, dass du es ausgesucht. Oh. Ich bin auch gefliegt, aber vorbei. Ich bin gleich auf dem Tor. Und. Ja. Super. Ja. Und. Und hochziehen. Geht nicht. Man muss auch eher hochschieben als ziehen. Äh, schieben. Hallo Taik. Du kannst Ausrufezeichen Multi eingeben, dann kannst du uns beiden zugucken. Gerade mal wäre es die ganze Zeit Kreisdruck für den Scheiß-Kack-Boost. Das ist immer so. Nicht bevor ich die ganze Zeit vier gedrückt habe dafür. Ey, bei Rocket League, ich habe das auch mal probiert, dass ich das mit der Fertur spiele. Da habe ich genauso wie du gemacht, weil irgendwas war verdreht und ich habe es nur umdreht. Und natürlich habe ich dann immer genau das andere gedrückt. Du hast es getrunken. Ja, getrunken ja. Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe das gerade gehört, weil er zum Kick-Off gefahren ist. Hoppa. Ah, da, 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 da. Das ist meiner. Weil ich wieder Kreis gedrückt habe. Scheiß-Fick-Kreis. Geh weg. Nein so. Au. Danke für den Tipp, das macht das Heilsführer. Gerne. Mann, du bist gestern... Du bist gestern immer, wenn wir nebeneinander gestanden sind, zum Kick-Off gefahren. Warum jetzt nicht? Das ist angewohnt, weil immer der linke vor Ort, wenn man nebenan steht. Solche Regeln weiß ich doch nicht. Für die Gung, das war jetzt angewohnt, die heute so... Mann. Nein. Dafür musst du noch ein Tor schießen jetzt. Wollte ich auf Faust dabei. Ja, hab's gesehen. Ich will immer nicht. Ich bin heute hier, um mich aufzuregen. Du willst nicht spezifizieren, ob du dir eigenverschießen wärst. Ich bin jetzt einfach aufgeklungen, ob du dir eigenverschießen hättest. Hase! Ja. Ich hab Fliegen gar nicht versucht. Oh! Wolltest du dir nur ein Chill? Ja, Dankchen! Ja! Oh, Rang-Aufstieg! Da hast du auch grad dieses Achievement gekriegt. Nein, bei mir ganz blum, blum, Rang-Aufstieg. Oh Gott, ich spür niemals Alarm aus.